Berlin ist mal wieder Crazy Berlin, in einem Film, der jetzt in den deutschen Kinos läuft. Ein Hauch Olivenöl, eine Prise Nazi-Lesben und jede Menge Hautkontakt. Willkommen im queeren Underground von Desire Will Set You Free. Eine Handvoll Kokain, besonders so in Mali. Sie macht in Weltverjessenheit und ab und zu Entsinnlichkeit. But that just passes by. Hannelore, Hannelore. Cooles Kind vom Halschen Tore. Sußes Reizen ist gefüllt hier. Hi! Magst du das? Natürlich mag ich das. Gefallen dir Muskeln? Das ist verständlich, ja? Und vor allem deine obsessione Fresse, die gefällt mir gut. Wow. Vor allem seit dem Jahr 2000 ist Berlin definitiv die Queer-Hauptstadt der Welt. Ich bin viel rumgereist und hab mit unzähligen Leuten gesprochen. Alle sagen das. Ich wollte das festhalten aus der Sicht eines Außenseiters. Hauptfigur des Films ist Sascha. Ein schwuler Stricher aus Russland, der in Berlin eine andere Welt entdeckt. Hallo. Die meisten Szenen haben sich bei Junileisers Ankunft in der Hauptstadt 2010 tatsächlich so abgespielt. In dieser Stadt fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben frei. Ich lebte in einem besetzten Queer-Haus, war auf krassen Tunden-Partys und traf Leute in schrägen Outfits. Die Menschen lagen nackt in Parks rum. Es war völlig egal, wie du aussiehst, was du anziehst oder wen du küsst. Um dieses Freiheitsgefühl so realistisch wie möglich darzustellen, drehte Liza an Originalschauplätzen und überredete Leute wie Rosa von Braunheim, Peaches, Nina Hagen oder Rummelsnuff zum Mitmachen. In Desire will set you free ist Berlin mal wieder ganz das Disneyland der Exzesse. Nicht immer echt, aber ziemlich unterhaltsam.